Das Dezernat musste die Anschuldigung fallen lassen, weil Sie vergessen haben, ihm seine Rechte vorzulesen. Ich hab ihm seine Rechte vorgelesen, also ne Version davon. Kennen Sie überhaupt den genauen Wortlaut der Rechte? Ja. Legen Sie los. Okay, das ist... Also offensichtlich geht's los mit Sie haben das Recht zu schweigen. Und dann, ähm... Kommt, kommt, ich glaub, das klingt dann so ähnlich wie, äh... Das Recht auf einen Anwalt... Naja, das Ding... Ja, Sie... Aber, aber, aber klar, ja, Sie haben das Recht, ein Anwalt zu bleiben. Sagten Sie, dass man das Recht hat, ein Anwalt zu sein? Sie haben das Recht, Anwalt zu sein, wenn Sie das möchten? Zum Glück für Sie beide. Lassen wir ein Programm mit verdeckten Ermittlern aus den 80ern wieder aufleben. Wird alles auf neu getrimmt. Eins dieser Programme sieht den Einsatz von jungen, unreif wirkenden Beamten vor. Ihr Idioten seid die perfekte Wahl. Ihr seid hiermit offiziell versetzt. Wow, wo sollen wir uns melden? Jump Street 37.